hallo und willkommen zu einem abonnenten special das kein abonnenten special ist warum ich habe die 4000 abonnenten marke erreicht aber ich mir ist jetzt nicht wirklich kreatives eingefallen was ich jetzt als special machen könnte deswegen gibt es ein video wo ich ein bisschen was erzählen was euch aber vielleicht interessieren könnte besonders wenn ihr gerade erst mich abonniert habt und neuer zuschauer bei mir seid aber vielleicht gibt es auch ein paar was paar dinge für alte hasen ältere zuschauer von mir die sich vielleicht auch noch hier und da mal was fragen und gern was über mich wissen wollen also erstmal vielen dank natürlich für eure abos und ich würde euch gerne ans herz liegen mal bei meinem kanal vorbeizuschauen ab und zu denn hier findet ihr immer alles wichtige hier findet ihr zum einen oben mal den link zum twitter ich habe einen twitter account wo ich auch ein bisschen was privates mal erzähle fotos hochlade und sowieso immer tweete wenn ein neues video hochgeladen wird das heißt da seid ihr immer ganz aktuell auf dem laufenden wenn ihr mir auf twitter folgt und dann habe ich ein forum das ist nicht mein forum das ist unser forum nämlich das von motoko matta und mir mein zwei let's player kolleginnen die beiden findet ihr auch deren kanäle hier unten da könnt ihr auch gerne mal draufklicken und natürlich aufs forum das ein let's player forum aber auch für zuschauer geeignet das heißt hier geht es um unsere projekte wir stellen unsere projekte die games vor und wir machen zum beispiel auch mal umfragen das heißt zuschauer können dann abstimmen wir geben aber halt auch tipps und tricks für let's player auf sowohl für ältere let's player auch als als auch für anfänger und man kann auch seinen kanal hier vorstellen und es gibt allgemeine diskussionen über youtube über games über alles mögliche literatur fernsehen musik was uns halt alles so einfällt wir haben auch einen chat und da treffen wir uns manchmal und dann geht es eigentlich ganz lustig zu also das forum ist auch eine interessante anlaufstelle um mit let's playern oder anderen zuschauern oder mir in kontakt zu treten ich habe dazu noch einen zweitkanal meine lesestunde da lese ich geschichten aus büchern vor ich habe zum beispiel aus dem feueratem drachen lesebuch was vorgelesen das sind so kurz geschichten über drachen ich lese krams märchen vor und ich möchte demnächst leseproben geben das heißt ich suche mir bücher aus die mir gefallen haben und ja lies einfach mal ein zwei kapitel daraus vor das heißt wenn ihr bücher mögt oder ja gerne lest oder mir einfach gerne zuhört könnt ihr hier auf dem zweitkanal mal vorbeischauen ja dann findet ihr auf meinem kanal natürlich meine videos meine playlists das heißt wenn ihr mal irgendwo eine folge verpasst habt guckt einfach auf der playlist nach da ist hier aufgelistet die folge jede folge und da könnt ihr euch dann alle spiele mal rein klicken ihr findet hier auch meine aktuellen projekte und meine beendeten projekte das ist mittlerweile eigentlich schon ganz ansehnlich was es hier so an spielen gibt die sind auch alle sehr unterschiedlich also ich spiele rollenspiele ich habe auch schon shooter gespielt ich spiele minecraft ein bisschen sims ist natürlich immer mit dabei weil ich habe mit sims angefangen und da so meine größte zuschauerschaft mitgewonnen habe auch point and click adventure gemacht und möchte auch diese vielfalt beibehalten ich möchte mich also nicht auf irgendwie ein genre konzentrieren sondern so wie ich auch privat spiele möchte ich auf meinem kanal auch spielen und deswegen gibt es auch von mir jeden tag ein video von einem anderen spiel das heißt also von den projekten die ich gerade mache nur halt eben abwechselnd das heißt an einem tag dann zum beispiel tragen sagen am nächsten tag witcher am tag darauf skyrim und auf dem folgenden tag dann sims 3 und das wiederholt sich dann wieder so dass halt keiner zu kurz kommt wenn jetzt jemand zum beispiel sich nur für tragen sagen interessiert oder nur für sims das halt eben jede mal an die reihe kommt und natürlich haben es am besten die leute die alles gucken oder zwei oder drei projekte gerne sehen die kriegen dann ja fast jeden tag was die anderen müssen dann einfach ein bisschen warten aber ich möchte einfach diese vielfalt behalten ich möchte verschiedene spiele zeigen und das macht mir am meisten spaß wenn ich mich jetzt nicht nur auf ein oder zwei sachen konzentrieren und ich möchte dann eben das auch so regelmäßig hochladen in ungefähr der reihenfolge also man sieht es ja auch als ich fange da an mit draken sagen dann kommt witcher dann skyrim dann sims dann tragen sagen dann wittscher dann käme jetzt wieder skyrim das lädt auch gerade hoch und dann wieder sims und so weiter und so weiter und so weiter zwischendurch gibt es dann mal besondere projekte oder together projekte oder sowas together projekte mache ich sehr wenig habe ich jetzt bisher zwei gemacht mit matta und motoko weil ich die beiden damen kenne und mag und ich weiß dass es dann mit den beiden auch klappt wenn man sowas macht ich mache keine let's place to gethers mit leuten zusammen die ich nicht kenne oder kaum kenne und weil das halt auch zum einen sehr aufwendig ist so ein projekt zusammen zu machen und man muss sich ein finde man muss sich einfach gut verstehen damit das auch unterhaltsam wird und gut klappt und wenn ich mich kenne weiß ja noch nicht ob ich mich mit dem verstehe und dann so ein projekt zu planen ist manchmal ein bisschen kann sehr schnell nach hinten losgehen die sache deswegen mache ich das nicht sehr gerne ich fühle mich auch nicht besonders wohl mit leuten mich zu unterhalten die ich nicht kenne deswegen bin ich auch auf skype nicht wirklich aktiv wenn ich auf skype bin dann weil ich mich halt mit leuten unterhalten möchte die ich kenne oder halt der gut textnachrichten schreiben geht natürlich ab und zu mal ich nehme übrigens keine anrufe entgegen von irgendwem der mich da jetzt hinzugefügt habt ich nehme zwar alle anfragen an aber ja ich bin so gut wie nie auf skype da werdet ihr nicht so viel über mich erfahren generell ist sowieso bei mir der fall dass ich gerne mein privatleben privat halte es gibt zwar auf twitter ab und zu mal was zu lesen oder im forum aber ansonsten ich zeige mich nicht und dabei möchte ich eigentlich auch bleiben es gibt keinen webcam von mir keine fotos von mir um meine privatsphäre einfach zu schützen das ist mir einfach angenehmer da fühle ich mich wohler mit und alle infos die ihr über mich bekommen könnt findet ihr euch im forum auf twitter ich erzähle auch manchmal so ein bisschen was ich meine was nicht geheim ist ist dass ich in mainz wohne dass ich dort studiere ich studiere buchwissenschaft und germanistik ich bin 29 jahre alt also ich werde dieses jahr 30 und ich lebe mit meinem freund zusammen in einer netten kleinen zwei zimmer wohnung die ich übrigens bei sims 3 mal nachgebaut habe im sims 3 adventskalender ja damit hört es aber eigentlich dann auch schon auf was meine private seite angeht mir ist es hier eigentlich wichtig auf meinem let's player kanal eben let's place zu machen mit euch zusammen zu spielen und da spaß bei zu haben und ich freue mich einfach auf zuschauer die regelmäßig vorbeigucken und ja gerne meine videos schauen ihr findet auf meinem kanal also den link noch zu twitter zum forum zu meinen zweiten kanal aber auch direkt im forum zum beispiel habe ich eine seite erstellt über sims 2 und sims 3 also wenn ihr zum beispiel bei sims wissen wollt welche download seiten ich benutze oder interesse an meinem downloads ordner habt oder solche dinge dann solltet ihr unbedingt mal hier draufklicken auf sims 2 und sims 3 downloads diesen link hier dann kommt ihr nämlich auf diese forenseite wo ihr solche sachen nachlesen könnt treats download seiten nützliche links auch meine tutorial videos sind da noch mal verlinkt und eben auch mein download ordner für sims 2 aber auch mein download ordner für sims 3 der besteht übrigens aus zwei teilen und ist auch ziemlich aktuell und hier zum beispiel findet ihr auch die ganzen links zu den download seiten die ich benutze ja das findet ihr im forum solche sachen und die sind dann extra noch mal verlinkt damit ihr nicht im forum groß suchen müsst so könnt ihr nämlich dann auch wenn ihr irgendeine andere frage habt egal welche auf faqs drücken das heißt häufig gestellte fragen wenn jemand mir schon mal öfter eine frage gestellt hat habe ich die wahrscheinlich hier beantwortet und das könnt ihr dann nachlesen zum beispiel ob ich skype habe gut die frage habe ich vorhin schon beantwortet wie ich meine videos aufnehmen durch zum beispiel das programms benutze und welche grafikkarte ich habe was für ein computer und solche sachen findet ihr dann hier beantwortet unter faqs häufig gestellte fragen ich habe auch einen spenden button das interessiert vielleicht eher die älteren leute von euch die eigenes bankkonto haben sich mit paypal auskennen und wenn ihr gerade keine ahnung paar euro zu viel habt dürft ihr gerne spenden aber das ist natürlich ganz freiwillig das geld fließt dann einfach in die spiele ein die ich dann let's play ja das ist mein kanal und ich möchte meine let's plays wie gesagt vielfältig halten ich spiele privat eigentlich fast jedes genre von shooter über rollenspiel bis eben sowas wie sims oder point and click adventure auch mal ältere spiele und das möchte ich eigentlich auch so in meinen let's plays machen ich habe sehr gerne auch erwachsene zuschauer die ich leider bisher noch nicht ganz so viel habe denn ich glaube dass sie sich ein bisschen abschrecken lassen davon dass ich sims spiele soll es aber nicht sein also ich gebiete glaube ich genug anderes grad sowas wie the wirtschaft 2 jetzt ist ja eigentlich ein erwachsen spiel ist ja auch ab 18 und ich denke da kann auch ein erwachsener viel spaß drin haben man kann ja dann sowas wie sims einfach ignorieren muss man sich ja da nicht angucken und für die jüngeren unter euch die spaß an sims oder allen möglichen anderen haben kommen hier ja eigentlich auch nicht zu kurz ich hoffe also dass ich für jeden was biete ja das ist mein kanal und das